FDP-Chef Christian Lindner hat eine Beteiligung seiner Partei an einer möglichen Bundesregierung unter Führung der Grünen komplett ausgeschlossen. Noch mehr Grünen, also mit einem grünen Kanzler und einem grünen Regierungsprogramm, das würde nicht zu uns passen, sagte der Finanzminister im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Die nächste Bundestagswahl ist voraussichtlich am 28. September 2025. Nach aktuellen Umfragen wäre eine Wiederauflage der Ampelkoalition extrem unwahrscheinlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017